Also Patrick, dann mal Butter bei die Fische. Servus oder Moin? Ab jetzt natürlich Moin. SV Reigering oder 1. FC Nürnberg? Ich weiß nicht, ich kann nichts mehr. Reigering oder Nürnberg? Habt ihr mich erwischt? Und das direkt am Anfang ist. Also es ist 50-50. Ich weiß nicht, was ich... Ich sage Nürnberg, weil Nürnberg mein letzter Fall rein war jetzt. Jetzt kommt was Einfacheres. Nürnberg oder Kreuter-Fürth? Nürnberg. Werder oder HSV? Werder. Jetzt kannst du dir denken, was kommt wahrscheinlich. Hamburger SV oder Kreuter-Fürth? Huh. Es hat keiner gesagt, dass es einfach wird. Bundesliga oder Premier League? Bundesliga. Bundesliga oder DFB-Pokal? Bundesliga. Bundesliga-Aufstieg oder Bundesliga-Debüt? Aufstieg. Defensives Mittelfeld oder Innenverteidiger? Defensives Mittelfeld. Gattuso oder Gerrard? Gerrard. Viehra oder Busquets? Busquets. Gerrard oder Busquets? Busquets. Busquets oder Eras? Eras. 5 zu 4 oder 1 zu 0? 5 zu 4. Linker oder rechter Fuß? Rechtsfuß. Kopfball oder Runternehmen? Kopfball. Direkt oder Annehmen? Annehmen. Tor oder Vorlage? Vorlage. Langer Ball oder Kurzpassspiel? Kurzpassspiel. Auf dem Platz eher ruhig oder eher laut? Ruhig. Grätschen oder Ablaufen? Ablaufen. Gegentor oder Notbremse? Notbremse. Mal weg vom Fußball. Tennis oder Basketball? Basketball. Basketball oder Tischtennis? Basketball. Beim Tischtennis gegen Florian Kohfeldt gewinnen oder verlieren? Ich habe noch nicht gespielt, aber wenn, dann gewinnen. Viel Glück. NFL oder NBA? NBA. Shaquille O'Neal oder Michael Jordan? Michael Jordan. Ronaldo oder Messi? Messi. Maradona oder Pelé? Pelé. Radio oder Spotify? Radio. Playstation oder Xbox? Playstation. FIFA oder Fortnite? FIFA. Film oder Serie? Serie. Comedy-Serie oder Drama-Serie? Comedy. Game of Thrones oder Haus des Geldes? Haus des Geldes. Two and a Half Men oder The Big Bang Theory? Two and a Half Men. Spazieren gehen oder Couch? Spazieren gehen. Süden oder Norden? Ab jetzt Norden. Weißwurst oder Fischbrötchen? Weißwurst. Heimtrikot oder Auswärtstrikot? Heimtrikot. Heimspiel oder Auswärtsspiel? Heimspiel. Sky oder The Zone? Sky. Sportschau oder Sportstudio? Sportschau. Club TV oder Werder TV? Ab jetzt Werder TV. Und was willst du denn als erstes machen, außer das Butter bei die Fische? Lieber Zimmerduell oder lieber Quiz-Elver? Ich kenne beides noch nicht. Ich ansiede es mal spontan auf Quiz-Elver. So Leute, wenn ihr noch mehr Videos sehen wollt, dann klickt hier. Oder einfach abonnieren, dann hier. Und was willst du denn als erstes machen, dann klickt hier. Vielen Dank.